Herzlich willkommen an Ihrer Avia-Tankstelle in der 7 Tischstraße 16A. Treten Sie ein Stück näher, ich erkläre Ihnen, wie unser neuer Tankautomat funktioniert. Darf ich vorstellen? Unser Tankautomat. Was ist neu für Leute, die schon öfters hier beim Tanken waren? Es ist ein entscheidender Unterschied. Wenn Sie kommen, müssen Sie zuerst sich am Tankautomat autorisieren. Ich zeige Ihnen das mal anhand einer EC-Karte. Ich nehme meine EC-Karte, halte sie hier vor. Sie wird sofort erkannt. Jetzt muss ich als nächstes die Säule auswählen. Ich tanke hier an Position 1. Ich drücke auf 1. Beachten Sie bitte die Anweisungen auf der Anzeige der Tastatur. Jetzt gebe ich meine Geheimzahl an. Bestätige Sie mit OK. Was jetzt im Hintergrund läuft, ist eine Vorautorisierung. Werde ich oft gefragt, was das bedeutet. Der Automat weiß ja nicht, wie viel Sie als Kunde tanken wollen. Deswegen werden 120 Euro vorreserviert. Ich beginne jetzt meinen Tankvorgang. Nehmen wir mal an, ich tanke für 80 Euro. Dann werden 40 Euro wieder storniert. Das heißt am Schluss, Sie werden nur mit dem Betrag belastet, den Sie auch bei uns tanken. So, es kann losgehen. Die Säule ist klar. Ich kann tanken an der Position 1. Wie üblich, der Zapfhahn in das Fahrzeug. Ohne, es geht los. Heinz ist super von Avia in das Fahrzeug. Sie sind fertig mit dem Tanken. Die Pistole wieder zurück. Das Auto geschlossen. Wir gehen zurück zum Automat und ich kann mir jetzt einen Beleg ausdrucken. Eine Sekunde Geduld. Für einen Beleg drücken Sie bitte die Belegtaste. Ansonsten vielen Dank und gute Fahrt. Ich drücke die Belegtaste, wähle nochmal den Zapfpunkt aus. Das war die Nummer 1. Und schon kommt hier mein Beleg. Voila. So einfach ist eine Tankung mit der EC-Karte. Vielleicht noch ein Hinweis. Wir nehmen sehr viele Karten an. Sie können auch bei uns tanken natürlich mit Kreditkarten, EC-Karten. Sie können auch tanken mit sogenannten Flottenkarten. Was sind das? Das ist zum Beispiel die Avia-Karte. Was ist der Vorteil? Wenn Sie die Avia-Karte bei uns bestellen, dann kriegen Sie zur Mitte und zur Ende des Monats eine Sammelrechnung und Sie können auch höhere Beträge in einem Tankvorgang dann bei uns vertanken. Wir akzeptieren auch noch weitere Flottenkarten. Das wäre einmal die UTA und DKV. Das ist die Totalkarte, die Westfalenkarte und die Beiwarkkarte. Um nur einige zu nennen. Sie sehen eine Vielfalt an Zahlungsmöglichkeiten. Sollten Sie nur Bargeld dabei haben, auch dann helfen wir Ihnen weiter. Mein Serviceteam ist ja nach wie vor für Sie da. Dort können Sie dann eine Gutscheinkarte von Avia kaufen und die hier am Automat vertanken. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt. Ich hoffe, ich habe Ihnen das erklären können. Und wir freuen uns, wenn Sie zu uns kommen, zur Avia der Siegutigstraße 16A. Danke. Danke.